Heute ist der 27.5. 2016. Was machen denn die Stachelbären? Wow, die sehen super aus. Guck mal wie groß schon. Genial. Und wie viele. Der Strauch ist ja super. Guckt ihr das mal an. Spitzenmäßig. Hier noch nicht ganz so viel. Oder wächst ja auch noch. Aronia. Überall ohne Ende. Überall ohne Ende. Und wächst auch noch sehr schön. Wunderbar. So. Noch eine Aronia. Bestimmt schon 1,50. Hoch. Spitze. Äpfel gibt es ja auch dieses Jahr. So. Guck mal hier. Die Stachelbeere auch. Die wachsen einfach genial. Hier haben wir hier die Stachelbeere. Auch wunderbar. So. Jetzt gehen wir kurz zu den Bienen. Also. So. Hier haben wir die Blaubeere. Auch wunderbar. Schön viel dran. So. Was machen unsere Bienen? Ich muss auch noch mal schauen. Wunderschöne fleißige Bienen. Guck dir das mal an. So. Fleißig am Fliegen. Fleißig am Arbeiten. Wunderbar. Da hinten auch. Sehr sehr gut. So. Da haben wir die Flieder. Und die Himbeeren. Die scheinen auch ganz fleißig zu sein. Hier haben wir die Johannisbeere. Wächst auch super. Oder ist das ein Stachelbeere. Ne. Johannisbeere. So. Da hinten auch noch. Schauen wir weiter. Die Johannisbeeren gehen dieses Jahr richtig ab. Alles rappelvoll. Jetzt schauen wir mal was unsere Kürbisse machen. Guck mal wie groß diese schon sind. Wunderschön. Und so viele. Uh. Hier geht's gut. Hier so ein bisschen Hasenschutz. Das sind auch wunderbare Kürbisse. Die ordentlich wachsen. Ja und die hier. Warum auch immer. Sind die größten. Und die geht's am besten hier. Schön. Der sonnige Sommer kann kommen. Ne. Und dann schauen wir mal werfen.